Okay, eigentlich ist die Sache doch ganz einfach. Gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss. Und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss. Jetzt habt ihr eine Wohnung gefunden, die euch gefällt. Zieht ein, bleibt ein paar Jahre, baut da euer Zuhause auf. Und dann, auf einmal, müsst ihr raus. Dieses ganze Haus, was mal dieses ganze Leben gehabt hat, wo man die Leute gekannt hat und wo auch Sachen passiert sind, das ist dann einfach weg. Da ist auch die Geschichte weg. Weil genau da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden. Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragen-Stellplatz mieten können oder kaufen können, sagen wir so. Hätten da eine Matratze hingelegt und das wäre es. Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Eine Ecke in Berlin. Hier reißt ein Investor Mietwohnungen ab, um Luxuswohnungen zu bauen. Die Menschen, die hier für 8 Euro kalt den Quadratmeter mieten, die müssen raus. Die können sich jetzt genau dort eine Wohnung kaufen. Also theoretisch. Da kostet der Quadratmeter dann 22.600 Euro. Das ist die Geschichte von denen, die gehen müssen. Also sowas wie ich wird hier nie wieder wohnen. Ein Taxifahrer zum Beispiel, die werden hier nie wieder wohnen. Von denen, die neu dazukommen. Also ich habe insgesamt sechs Wohnungen in Berlin. Und die bleiben. Und von PolitikerInnen, die das nicht verhindern können. Oder wollen. Eigentlich schützen wir Steine. Ja. Hallo, ich habe an. Wir folgen der Spur des Geldes bis nach Zypern. Also der Schrank ist aufgegangen, heißt es wieder bereit. Wir zeigen, was jetzt gerade passiert auf dem Wohnungsmarkt. Die Leute, die letztes Jahr noch kaufen konnten, die müssen jetzt mieten. Oder sie verlassen die Stadt. Also die Mieten werden weiter steigen. Und zwar heftig. Und wir schauen uns an, wie es besser geht. Wie bezahlbarer Wohnraum nicht verschwindet, sondern entsteht. Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer Wohnen. Eine siebenteilige Story vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom rbb. Ab dem 19. Januar in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Teurer Wohnen. Jetzt abonnieren und teilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017